Platz habt, das sollte eigentlich ausreichen. Gut, dann Füße zusammen, Hände an die Seite. Auch nochmal für diejenigen, die heute neu sind oder Wing Chun das erste Mal mitmachen, einfach probieren mitzumachen und dran zu bleiben. Okay, dann die Wing Chun Begrüßung ist immer, wir verbeugen uns. Linke Hand ist offen, rechte Hand zur Faust. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid oder auch gerne neu dabei seid. Probiert einfach dran zu bleiben und mitzumachen. Die erste Form im Wing Chun ist immer eine Art Bewegungsform, Erwärmungsform, Koordinationsform, um dann auch zu lernen, wie man sich später verteidigt. Also einfach mitmachen. Die Hände zu feuchten Ballen, als ob ihr links und rechts eine Tasche greift. Jetzt die Ellenbogen nach hinten ziehen, Knie nach vorn, dann die Fußspitzen raus und die Fersen raus. Hände öffnen und so nach vorne schieben, dass ihr vor euch ein Kreuz habt. Wichtig ist, der linke Arm ist oben. Bei mir ist das der weiße Ärmel, ist die linke Seite. Die muss oben sein. Dann nach unten strecken und mit der oberen Hand, das sollte die linke sein, also der weiße Ärmel, der krabbelt am T-Shirt, krabbelt der geradewegs ab nach oben, sodass beide Hände oben drauf sind. Und zurück. Dann linke Faust von die Brustmitte. Und jetzt wie eine Rakete ab nach vorn. Und vor. Öffnen. Drehen. Zur Faustbein. Und zurück. Rechte Faust von die Brustmitte. Rakete zünden. Und vorwärts. Öffnen. Zirkeln. Zur Faustbein. Und zurück. Linke Hand öffnen. Und wie ein Tablett nach vorne. Wie gesagt, mein weißer Ärmel ist die linke Seite. Drehen. Finger hoch. Nach hinten führen. Die Hand etwas entspannen. Und vorwärts. Einmal vor. Zweites Mal. So als ob der Arm aus eurem Bauchnabel rauswächst. Ihr seid ein Baum und euer Arm ist der Ast, der in der Mitte rauswächst. Super. Mit der Handfläche zur Seite alle Sorgen beiseite schieben. Jetzt ist Zeit für Wing Chun. Da brauchst du über nichts anderes nachdenken. Wieder zurück die Hand. Dasselbe Spiel mit rechts. Nach vorn. Tablett drehen. Finger nach oben. Achtung. Ellenbogen vor dem Bauchnabel. Einmal. Zweites Mal. Und alle guten Dinge sind drei. Schön so als ob es aus dem Bauchnabel rauswächst. Jetzt alle Sorgen zur Seite. Zur Mitte. Gerade vor. Aufmachen die Hand. Drehen. Zur Faustbein. Und zurück. Linke Hand. Runter drehen. Runter drücken. Als ob ihr einen Ball unter Wasser drückt. Schon mal üben. Für den Sommer, wenn wir dann wieder im Pool können. Hände nach hinten. Nach hinten strecken. Finger zeigen aber zu eurem Popo. Das darf ruhig ein bisschen anstrengend sein in den Armen. Wieder ran. Hände zeigen nach vorne, sodass jeder sehen kann, ob ihr Hände gewaschen habt. Und runter. Links ist oben. Mit den Augen links schauen. Rechts schauen. Raus strecken. Rechts ist oben. Nach vorn drehen. Jetzt die Finger hoch zur Nase. rumdrehen. Die Ellenbogen kurz auf dem Bauch ausruhen. Ganz nach vorn strecken. Runter. Anwinkeln. Zum Kinn hoch. Zur Faustbein. Und zurück. Mit links. Alle Sorgen wieder zur Seite schieben. Zur Mitte. Vor. Die Finger müssten dabei nach links schauen. Und zurück. Rechte Hand. Zur Seite schieben. Zur Mitte. Gerade vor. Drehen und zurück. Linkes Tablett. Nach vorne halten. Die Handkante nach vorne drehen. Jetzt dreht ihr den Arm so, als ob ihr ein Ritterschild vor euch habt. Und der Ritterschild geht bis ganz runter, bis zum Bein. Schützt alles. Tablett an der Seite. Finger nach vorn. Das brauchen wir heute. Das ist ganz, ganz eine wichtige Bewegung. Nach vorn von dem Bauchnabel. Und zurück. Nochmal mit rechts. Tablett in der Mitte. Kante in der Mitte. Ritterschild bis nach unten geschützt sein. Fortgeschrittenes Tablett wie ein Kellner an der Seite. Drehen und vor. Wieder zurück. Linke Hand geht nach vorn wie eine Ameisenrutsche vorwärts. Ameisenrutsche heißt, die Ameisen können von eurer Schulter zum Ellenbogen laufen. Und nach vorne wegrutschen. Ohne, dass sie an eurem Körper rankrabbeln. Zur Mitte. Finger runter. Nach vorn. Wieder zurück. Selbe mit rechts. Ameisenrutsche vorwärts. Und sobald die Ameisen runterrutschen, fangen wir die auf. Und machen ein Sprungbrett nach vorn für die Armeisen. Drehen und zurück. Links nach unten. Rechts oben. Und jetzt wie beim Händewaschen schön beim Ellenbogen anfangen. Einmal abwaschen. Zweimal abwaschen. Drittes Mal. Und jetzt kommen noch drei Raketen hinterher. Eins, zwei, drei nach vorn. Drehen und zurück. Okay, entspannt euch. Puh, gut gemacht. Okay. Wie schon gesagt, ist heute das Thema, was ist, wenn mich jemand wegschubsen will mit beiden Händen. In der nächsten Woche das Thema, was viele erfragt haben. Was ist denn, wenn mich jemand nach unten ziehen will, aber am ranzen nach unten zieht. Machen wir nächste Woche. Diese Woche geht es darum, was ist, wenn mich jemand mit beiden Händen schubst. Okay, wir fangen erstmal mit einer Abwehr an, wenn ihr sehr, sehr spät reagiert habt. Ihr habt also eigentlich fast sogar geschlafen. Und zwar geht es darum, wir konzentrieren uns erstmal nur auf die Füße. Wer schon fleißig trainiert hat, kennt das auch sogar schon. Also, der linke Fuß geht nach hinten, der starke rechte Fuß ist vorne, der schützt euch noch. Und dann, mit dem rechten Fuß vorwärts gehen, hinterer Fuß hinterher. Wieder zurück. Und Schritt zurück mit links. Rechter Fuß nach vorne, hinteren Fuß hinterher ziehen. Ich zeige es euch mal kurz von der Seite, dann könnt ihr vielleicht etwas besser abgucken. Also, der schwache Fuß, der linke kommt nach hinten, der rechte wird hinterher gezogen. Und dann Schritt wieder vor, hinteren Fuß hinterher. Stellt euch wieder vor, ihr habt ein Gummi um die Beine drumherum. Und der Gummi muss oben bleiben. Das heißt, er geht zurück, der Fuß wird hinterher gezogen, nicht dass der Gummi platzt. Und jetzt Schritt nach vorne und gleich den hinteren Fuß hinterher, aber den Gummi halten. Wenn ihr die Füße zusammen macht, rutscht er runter. Das wollen wir nicht, wir wollen ihn oben halten. Okay, nochmal. Schritt zurück. Vorderer Fuß ist schwer. Und den schweren Fuß nach vorne absetzen. Letztes Mal, dann nehmen wir die Hände mit dazu. Und Schritt zurück. Rechter Fuß vorne. Schritt nach vorne mit rechts. Beide Füße bewegen sich. Okay. Das ist der Schritt, den wir nachher sowieso gleich brauchen. Jetzt Hände mit dazu. Und zwar habe ich vorhin schon gesagt, in der Form hattet ihr eine Bewegung. Dieses fortgeschrittene Tablett an der Seite. Das da. Im Chinesen nennt man das einen Tarnsau. Ich denke, viele von euch, die Wing Chun trainieren, wissen das. Und die brauchen wir jetzt. Das heißt, ihr geht also mit links einen Schritt zurück. Macht zweimal ein Tablett. Jetzt drehen sich die Hände nach vorne und ihr geht einen Schritt vor und schubst zurück. Ich zeige euch gleich, wofür das gut ist. Ruhig erstmal mitmachen. Vertraut mir. Es macht Sinn. Also, Schritt zurück, doppeltes Tablett, Schritt nach vorne, Sechstoß. Passt auf, dass euch nicht das passiert. Nicht die Finger nach außen drehen. Also keine Kleopatra machen. Ding, 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 ding. Sondern immer die Finger nach vorne wie ein Kellner, nicht wie Kleopatra. Das gibt sonst dem Gegner später eine Chance, euch wieder zu treffen. Also nochmal. Schritt zurück, Finger nach vorne. Schritt nach vorne, wegstoßen. Und jetzt versuchen wir das mal ein bisschen zu beschleunigen. Also, Schritt zurück und vor. Nochmal, etwas schneller. Schritt zurück und nach vorne. Bam. Letztes Mal. Denkt dran, der linke Fuß muss zurück. Zurück, doppeltan, abwehrend nach vorne. Ich will euch mal zeigen, wofür wir das brauchen. Dafür brauche ich mal wieder meinen Baba. Also manchmal muss man auch seine Eltern um Hilfe fragen. Das ist ganz normal. Und zwar, der Angriff war ja, was ist, wenn mich jemand wegschubst? Da ist er. Was ist, wenn mich jemand wegschubst? Wenn ich keine Abwehr weiß und er schubst mich, dann fliege ich hier einfach aus dem Bild raus. Das wollen wir ja möglichst vermeiden. Jetzt habt ihr vor uns eine Abwehr gelernt, was ist, wenn es schon ein bisschen spät ist. Das heißt also, ich werde geschubst und jetzt schaffe ich es noch, mich abzufangen und die Hände noch abzuwehren. Und schubst schnell wieder zurück. Dann fliegt er nämlich und ich kann es gut verarbeiten. Das heißt also, in dem Moment, wenn ihr getroffen werdet, Schritt zurück, abwehrend, schnell wieder vor. Achtung, versucht euch zu erinnern, ich habe gesagt, wenn ihr die Finger nach außen nehmt und die Hände zu weit raus nehmt, kann der Gegner das gegen euch verwenden. Wenn ich das also falsch mache und ich drücke hier ganz weit raus und habe die Finger draußen wie Cleopatra, dann kann der die Arme so reinzirkeln. Ihr müsst das also ganz, ganz knapp machen. Schaut nochmal, dann üben wir es nochmal zusammen. Also, zack, abwehren und nach vorn. Okay, versucht das ganz, ganz knapp zu machen. Okay, danke schön. Das versuchen wir gleich nochmal, etwas schneller. Achtung, zweimal, dann greife ich euch an. Und Schritt zurück, abwehren und vor. Sehr gut, gleich nochmal. Schritt zurück, dabei abwehren nicht vergessen und ab nach vorn. So, jetzt seid ihr dran, ich greife euch an. Versucht also bitte mit meinem Tempo mitzuhalten. Achtung, der Angriff kommt, zur Seite abwehren und boom, wegschubsen. Genau, gleich nochmal, versucht hier schön die Schultern zu treffen. Nicht in die Brustmitte, sondern die Schultern treffen, dadurch schaffe ich es nämlich nicht nochmal zu hauen. Und los, Schritt zurück. Ja, und die Schultern treffen, bam, genau. Und los, etwas schneller. Schritt zurück, Hände abwehren, boom. Okay, letztes Mal, etwas schneller und los. Sehr gut. Das klappt also, das freut mich sehr. Ja, wenn irgendwelche Fragen zwischendurch sein sollten, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Dann kann ich euch Tipps geben, das helfen. Wenn ich zwischendurch nicht sehen sollte, dass irgendjemand einen Kommentar geschrieben hat oder eine Frage hat, werde ich es auf jeden Fall im Nachhinein versuchen zu beantworten. Also, scheut euch nicht, ruhig in die Kommentare rein mit eurer Meinung oder mit euren Fragen. Okay, und zwar, nächstes. Jetzt war das natürlich relativ spät, der andere hat mich getroffen. Besser wäre es natürlich vorneweg bereit zu sein und abzuwehren. Wir brauchen für die nächste Variante genau denselben Schritt. Also, ihr geht einen Schritt zurück, rechter Fuß ist vorne, der Schritt geht vor. Aber wir machen eine etwas andere Abwehr. Und zwar, Füße sind nebeneinander, Schritt zurück, beide Hände sind vorne. Ich möchte zeigen, dass ich keinen Streit will. Der soll eigentlich fern von mir bleiben. Ich zeige auch meine offenen Hände, damit er ganz genau weiß, der soll Abstand halten. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt wehe ich erst die eine Hand ab, dann die andere Hand und schubs mit meiner starken rechten Hand den zurück. Okay, gleich nochmal. Ruhig mitmachen. Und Schritt zurück. Abwehren. Abwehren. Vor. Achtung. Schritt zurück. Linker Fuß ist hinten, beide Hände sind vorne, ich möchte das nicht. Einmal abwehren, zweites Mal abwehren, vor. Kleine Eselsbrücke zu merken. Und zwar, was ich immer den Kindern hier beim Training erzähle, ist folgendes. Ein kleiner Merkspruch, damit sich diese Abwehr besser merkt, weil die ist schon etwas kompliziert. Geht einen Schritt zurück, ihr wollt es nicht. Und jetzt macht ihr folgendes. Wie beim Bäcker. Backe, backe, Kuchen. Versucht den Kuchen in den Ofen reinzuschieben. Okay? Oder, wenn ihr jetzt nicht so gerne Bäcker seid, dann halt Postboten. Postboten machen das auch ganz toll. Die machen folgendes. Die packen das Geschenk ein, verpacken das Ganze und schicken es ab. Okay? Das, was ihr euch besser merken könnt. Bei mir ist immer Backe, Backe, Kuchen einfacher. Ich esse nämlich gerne, sehr, sehr gerne Kuchen. Okay? Also, Schritt zurück. Hände vor. Backe, Backe. Kuchen nach vorn. Der muss aber schnell reingeschoben werden. Nochmal. Schritt zurück. Abwehren. Abwehren. Vor. Ich zeige euch mal, wofür wir das Ganze brauchen. Na? Und zwar, wieder. Wollen wir wieder ein paar Wachen? Naja. Zum Glück hilft er. Zum Glück ist er immer da. Also, ganz wichtig ist jetzt, ihr müsst vorneweg reagieren. Ihr müsst schon wach sein. Meistens weiß man ja eh, wer so ein bisschen Ärger und Stuck sucht. Wenn ich das schon sehe, gehe ich vorneweg zurück. Hände vor. Und jetzt kann ich die Abwehr machen. Das war jetzt mal etwas schneller. Langsam. Und dann nochmal schnell. Und dann üben wir es zusammen. Also. In Zeitlupe. Jetzt kann ich erst mit rechts abwehren. Dann mit links abwehren. Habe ihn so ein bisschen verknotet. Und gehe dann mit dem starken Arm nach vorn. Okay? Schneller geht das Ganze natürlich auch. Das heißt also, hier sieht es schon fast gleichzeitig aus. Na? Und wird natürlich dann etwas kleiner. Probiert es aber erstmal langsam. Schritt für Schritt nacheinander. Ehe es dann zu schnell wird. Dankeschön. Das heißt, wir üben es noch zwei, drei Mal zusammen. Dann greift ich euch zu Hause an. Okay? Achtung. Schritt zurück. Schön langsam. Abwehren. Abwehren. Vor. Gleich nochmal. Schritt zurück. Abwehren. Abwehren. Vor. Letztes Mal etwas schneller. Und zurück. Backe, backe. Kuchen nach vorn. Okay. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich greife euch an. Ich will euch schubsen. Ihr macht die Abwehr. Viele Erwachsene, die im Wing Chun trainieren, nennen diese Abwehr auch den Blitz 3. Okay? Vielleicht später, wenn ihr lang genug durchhaltet, müsst ihr das auch mal zur Prüfung vorzeigen. Also gut aufpassen. Achtung. Und Schritt zurück. Abwehren. Abwehren. Und vor. Jawohl. Gleich nochmal. Achtung. Ich schubse. Zack. Abwehren. Abwehren. Und vor. Okay. Das ist gut. Versucht immer mit der Handfläche zum Brustkorb zu hauen. Der wollte euch ja nur schubsen und nicht K.O. schlagen. Nicht, dass den seine Nase blutet und ihr kriegt am Ende Ärger. Schubst den weg, dass ihr viel Abstand habt, dass der Lehrer sieht, ihr wolltet das nicht. Okay? Nochmal. Und abwehren. Und vor. Schön die Hände vorne lassen. Schön die Hände vorne. Und zurück. Eine Hand, zweite Hand und vor. Letztes Mal schnell. Und zurück. Backe, backe, Kuchen. Wow. Sehr schön. Okay. Das war also die Abwehr. Wenn es etwas besser vorbereitet ist, ihr von vorne weg abwehren könnt, so werdet ihr am besten gar nicht getroffen. Gibt es zu diesen zwei Varianten denn eine Frage? Ich schaue mir mal ganz kurz die Kommentare an. Bevor wir weitermachen. Liebe Grüße aus Neujahr. Oh, liebe Grüße zurück. Cool. Was ist, wenn man von hinten angegriffen wird? Der Angriff von hinten, wenn uns jemand von hinten runterzieht, hatten wir letzte Woche, Benjamin. Da kannst du einfach mal auf YouTube oder hier auf den Facebook-Kanal schauen. Und nächste Woche geht es darum, was ist, wenn jemand von hinten dich am Ranzen runterzieht oder den Rucksack nach unten zieht sozusagen. Wenn du das irgendwie anders meinst, die Frage, dann bräuchte ich einen genaueren Angriff. Also wie du den Angriff meinst. Hat sonst jemand eine Frage zu dem, was ist, wenn jemand mit beiden Händen schubst? Zu den Abwehren, die wir da gemacht haben? Notfalls, wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben. Klasse Abwehr. Freut mich, wenn es hilft. Okay. Gut. Dann wollen wir mal noch die letzte machen. Die ist etwas schwieriger. Wird von den Erwachsenen auch Blitz 4 genannt. Aber ich denke, ihr kriegt das hin. Und zwar, wir fangen wieder bei den Füßen an. Okay. Füße folgendermaßen. Eigentlich ähnlich, wie ihr es kennt. Ihr geht mit links wieder den Schritt zurück. Wollt eigentlich vermeiden. Und jetzt aber ein bisschen anders. Jetzt geht der rechte Fuß nach vorn, schräg. Und ihr dreht eure starke Schulter nach vorne. Okay. Nochmal zum Sehen. Linker Fuß zurück. Und jetzt geht der rechte Fuß 45 Grad, sagt man. Oder wir bei uns in Gera sagen, schräg nach vorne. Geht mit dem Rechten Fuß schräg vor. Bei mir ist es rot. Bei euch ist die graue Schulter. Die rechte Seite, die muss nach vorn. Immer die starke Seite nach vorne drehen. Seid ihr Linkshänder, müsst ihr das Ganze natürlich auf der anderen Seite machen. Okay. Also nochmal. Also nochmal. Zurück. Schräg der Fuß vor. Hinterher ziehen. Einmal noch. Dann nehmen wir die Hände mit dazu. Schritt zurück mit links. Das bleibt gleich. Und jetzt aber nicht gerade vor, sondern etwas schräg rüber. Schräg rüber. Fuß hinterher ziehen. Starke Seite zieht nach vorn. Okay. Wir nehmen die Hände mit dazu. Und zwar geht es jetzt darum, was ist, wenn der andere nicht so eng schubst, sondern die Hände etwas weiter außen hat. Wenn der richtig weit ausholt, dann sind eure Hände ja nicht außen, sondern die sind inne. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Ich zeige es dann nachher gleich nochmal. Aber macht erst mal mit. Also. Schritt zurück. Beide Hände öffnen. Ich will wieder beide Hände zeigen. Und jetzt passiert folgendes. Die linke Hand bleibt genauso. Der schwache Arm bleibt genauso, wie er jetzt ist. Die ganze Zeit hier oben ganz wach. Der vordere Fuß geht vor. Und jetzt muss ich nur meine Hand drehen. Und den Rest macht mein Körper. Durch die Drehung schubst ich den weg. Okay. Gleich nochmal. Schritt zurück. Hände nach vorn. Und Fuß vor. Weg. Dass ihr eure Ruhe habt. Okay. Der fliegt jetzt also seitlich und nicht gerade nach hinten. Nochmal. Schritt zurück. Hände vor. Und Schritt vor. Eindrehen. Okay. Die linke Hand bleibt die ganze Zeit wach. Nicht nach unten nehmen. Wenn ihr die unten habt, trifft er euch. Ich zeige es euch gleich. Wir machen es nochmal zusammen. Dann zeige ich euch, warum machen wir das eigentlich. Also. Schritt zurück. Beide Hände. Rechter Fuß. Bam. Da drin. Okay. Das nennen die Erwachsenen den Blitz 4. Wenn ihr euch das vielleicht später mal für die Erwachsenenprüfung, falls ihr das da braucht. Also. Passt auf. Blitz 4 heißt, ich habe die Hände so ein bisschen inne und bin hier drinnen gelandet. Hab hier abgewehrt und jetzt gehe ich nach vorne, Schritt vor und schubst den hier weg. Jetzt habt ihr schon die ganze Zeit auf der Seite hier gesehen, wofür ich die zweite Hand brauche, damit er da nicht rankommt. Wenn ich das nämlich vergesse, wenn ich die Hand hier vorne habe und nehme die jetzt runter, dann trifft er mich daher. Vielleicht mal von der anderen Seite gesehen. Und zwar wichtig, ihr geht zurück, habt die Abwehr. Heißt also, die schwache Hand bleibt oben und jetzt gehe ich schräg raus, nehme den Arm drüber. Und jetzt könnte ich den hier voll aufs Ohr hauen. Das Problem ist aber, wenn ihr einem anderen aufs Ohr haut, kriegt ihr garantiert den Ärger von den Lehrern. Also seid clever. Schubst den weg an der Schulter. Jetzt habt ihr genug Zeit, euch Freunde zu holen oder Lehrer, die euch helfen. Okay. Meine Empfehlung also, natürlich könnt ihr dem anderen aufs Ohr hauen. Ich denke bloß, ihr kriegt dann den Ärger. Macht also die Handfläche auf. Schubst den weg. Meistens reicht das schon, damit die Bösen keine Lust mehr haben. Die merken dann, wie stark ihr seid. Also, nochmal kurz zuschauen. Schritt zurück. Schritt zurück. Die Hände sind inne. Schräg nach vorn raus. Wegschubsen. Dann habt ihr wieder genug Zeit, um wegzugehen. Und vor allen Dingen habt ihr den anderen wirklich genug Angst gemacht, weil der ist ja ganz schön geflogen. Wir machen das noch zwei, drei Mal zusammen. Dann greife ich euch an. Achtung. Und Schritt zurück. Beide Hände sind inne. Jetzt schräg nach vorn und bam. Weg mit dem zur Seite. Und zurück. Vor, wegschieben. Und nochmal. Hände nach vorne. Hände nach vorne. Die sind inne. Jawohl. Und vor. Wegschubsen. Ich hoffe, ihr schafft das. Ich greife an. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Schritt zurück. Abwehren. Inne rein. Und bam. Zur Seite. Genau. Sehr gut. Achtung. Wenn ihr innen drin seid. Abwehren. Hände kurz und vor. Jawohl. Richtig gut. Versucht immer ein bisschen schneller zu werden. Immer ein bisschen mehr realistischer werden. Langsam anfangen und dann steigern. Zack. Und puh. Jawohl. Wieder etwas schneller. Und los. Zurück und vor. Jawohl. Gut gemacht. Letztes Mal. Und los. Sehr schön. Okay. Also. Nochmal ganz kurz. Zur Empfehlung. Egal, ob ihr das mit dem Wegschubsen macht. Oder ob ihr das mit dem geraden Handfläschestoß macht. Oder das zur Seite. Alle drei funktionieren ganz gut. Aber ich würde immer aufpassen, auch wenn die gut funktionieren. Der Vorteil ist, sie funktionieren gut und ihr habt bestimmt eure Ruhe. Der Nachteil ist, wenn die so gut funktionieren und der andere tut sich sehr, sehr doll weh. Kriegt meistens, zumindest ist es bei uns hier so, kriegt meistens derjenige Ärger, der das gemacht hat. Also müsst ihr wirklich hinterher auch beweisen können, dass ihr euch nur verteidigt habt. Deswegen dieser Schritt zurück, die Hände vor. Ruft am besten noch vorneweg. Stopp, lass mich in Ruhe. Damit alle erkennen, ihr wolltet das nicht. Ihr müsst auf euch aufmerksam machen, dass alle hören, ihr wollt es nicht. Ruft Stopp, lass mich in Ruhe, verschwinde. Ich will das nicht. Was ganz, ganz einfach ist. Und wenn er nicht hören will, dann muss er fühlen, dann schubst ihn weg. Okay. Das ist zumindest meine Empfehlung. Das haben die Kinder, die bei mir trainieren, schon oftmals gemacht. Hat gut funktioniert. Und das hat auch bei mir bisher ganz gut funktioniert. Okay. Wenn keine Fragen zu den Abwehren sein sollten, dann kommen wir jetzt ein bisschen zu unserem Anti-Sessel-Pupser-Programm. Also das Runter-vom-Sofa-Programm, dass ihr euch wieder ein bisschen fitter und besser fühlt. Und vor allen Dingen haben wir heute gemacht, dieses Thema den anderen wegzuschubsen. Egal ob als Angriff oder auch als Abwehr. Und damit ihr dort ein bisschen mehr Kraft entwickelt, habe ich heute auch ein paar coole Übungen mitgebracht, dass ihr da auch wirklich kräftiger werdet. Am Anfang wollen wir uns warm machen mit fast demselben Spiel, was wir letzte Woche gespielt haben. Und zwar ist das unser Spiegelspiel. Okay. Spiegelspiel bedeutet, ich mache was vor, ich turne irgendwas vor, ihr müsst es nachmachen. Ihr seid mein Spiegel. Heißt also, wenn ich drei Rückwärts-Saltos mache, viel Spaß. Nein, ich kriege keine drei Rückwärts-Saltos hin, aber dafür andere coole Sachen. Okay? Einfach mitmachen. Also. Und zwar, wir gehen alle runter in Liegestütz-Position, so ein bisschen zum Warmwerden. Und weil wir das, ja, hier sieht man mich besser. Und weil wir das so gut gemacht haben, klopfen wir uns mal kurz auf die Schulter. Die eine Seite, die andere Seite. Immer ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das muss man zwischendurch mal machen, da fühlt man sich besser und hat wieder Motivation, noch besser zu werden. Richtig gut. Okay. Achtung. Wir drehen uns zur anderen Seite, dass wir im Krebsgang sind. Jetzt müsste der weiße Ärmel nach vorne zeigen. Und jetzt versuchen wir mit den grauen Ärmeln, mit dem rechten, mal richtig uns groß zu machen. Richtig hoch. Gucken wir mal, wie ihr an die Decke kommt. Andere Seite. Bis hoch zur Decke. Und wieder rum. Okay. Natürlich müssen wir es auch auf die andere Seite hinkriegen. Nicht, dass ihr auf der einen Seite Spaghetti-Arme habt und auf der anderen Seite voll die Muggis. Okay. Wieder richtig hoch strecken. Mal gucken, ob wir größer geworden sind. Andere Seite. Mist. Na ja, gut. Okay, dann wieder zum Anfang zurück. Okay. Jetzt probieren wir mal was Schwieriges. Jetzt versuchen wir nur mit einer Hand und einem Fuß den Boden zu berühren. Das heißt also, wir kratzen uns mit einer Hand am Kopf. Der andere Fuß kommt hoch. Und halten. Halten. Ah. Okay. Andere Seite. Jetzt krabbelt die andere Seite. Und der Fuß kommt nach oben. Schön halten. Gut gemacht. Okay. Knie absetzen. Arme kurz ausschütteln. Sehr schön. Gut. Kommen wir zu unserer nächsten Übung. Wer kann am besten schubsen? Und wer kann am besten schubsen, gibt es in drei Level. Das ist unser nächstes Spiel. Wer kann am besten schubsen, geht folgendermaßen. Ihr kniet euch hin, macht euch ganz, ganz gerade. Okay. Und jetzt probiert ihr folgendes. Wir probiert ganz, ganz gerade zu bleiben. Wir fallen nach vorn. Stützen uns über den Händen ab. Und versuchen uns total gerade wieder hoch zu drücken. Ohne dass wir einen Popo hochnehmen. Ich zeige euch das mal. Also. Mal kurz von der Seite. Ihr versucht, euch fallen zu lassen. Aber nicht auf die Nase fallen. rechtzeitig ab. Rechtzeitig abfangen. Und jetzt gerade wieder hoch. Beschleunigen. Versucht ganz gerade zu bleiben. Geschummelt wäre es so. Und jetzt Pupser hoch. nach hinten. Nach hinten. Ach. Ach. Also so macht das mein Opa auch. Aber ihr seid ja keine Omis und Opis. Deswegen explosiv hoch und ganz gerade bleiben. Okay. Achtung. Mal sehen, wer durchhalten kann. Und runter. Wieder hoch. Ganz gerade. Und runter. Wieder hoch. Ui. Ganz gerade. Das war schon gar nicht mehr so einfach. Zack. Wieder hoch. Und abfangen. Wieder hoch. Aller guten Dinge sind drei. Los. Das machen wir noch dreimal. Eins. Tja. Und zwei. Uuh. Und drei. Uuh. Ja. Ha. Dadurch haben wir das Wegschubsen natürlich richtig verbessert. Das war aber nur Level 1. Ich hoffe, ihr seid noch fit genug für Level 2. Level 2 heißt, eine Etage höher. Ihr geht in die Hocke. Mal gucken, wer noch mithalten kann. Oder wer schon zum Sesselpupser geworden ist und nicht mehr kann. Ihr macht folgendes. Ihr drückt euch nach vorne. Fangt euch wieder ab. Lauft wieder zurück. Also, ich zeige es mal von der Seite. Nach vorne drücken. Wie ein Frosch. Zack. Abfangen. Und wieder zurück. Aber keiner berührt den Boden. Na, ich bin gespannt. Mal sehen, ob ihr das hinkriegt. Und ab nach vorne. Wie ein Frosch. Abfangen. Aber nicht mit der Nase den Boden berühren. Schön oben bleiben. Und wieder. Jawohl. Und nochmal. Zack. Das ist schon schwieriger. Los, noch drei Stück schaffen wir. Eins. Zwei. Drei. Und. Ein noch. Drei. Ja. Zwei. Da sind die Arme ganz schön schlappi. Aber dadurch können wir beim nächsten Mal viel besser wegschubsen. Level drei. Ich möchte euch Level drei erstmal nur zeigen. Nicht, dass ich von Mama und Papa zu Hause Ärger bekomme. Level drei ist wirklich nur etwas für Vollprofis. Also wenn ihr Level eins und Level zwei so gut schafft, dass ihr sagt, gar kein Problem. Erst dann Level drei machen. Okay. Level drei heißt nämlich, ihr stellt euch hin. Nehmt den Popo etwas runter. Und jetzt passiert folgendes. Ihr lasst euch nach vorne fallen. Drückt euch ab. Und so drückt euch zum Schluss mit den Händen wieder, dass ihr steht. Also. Pups ein bisschen runter. Ab nach vorne. Wow. Und wieder hoch drücken. Dass ihr direkt die Arme wieder vorne habt. Okay. Jetzt darf der Popo richtig nach oben. Okay. Pups auch runter. Und fallen lassen. Abschnitzen. Yeah. Wieder hoch. Aber versprecht mir, wirklich nur dann machen, wenn Level eins und Level zwei sicher und super funktionieren. Gut, ihr Lieben. Leider ist das Training schon wieder vorbei. Wenn ihr möchtet, guckt euch einfach nochmal von vorne an. Macht das nochmal. Wenn ihr wollt, guckt euch gerne die anderen Trainingsvideos an. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Nächste Woche ist, wie gesagt, das Thema, was ist, wenn mich jemand am Rucksack packt und mich mit dem Rucksack nach unten ziehen möchte, schaltet da unbedingt ein. Das waren einige Fragen oder einige, die dieselben Fragen hatten. Deswegen machen wir das sogar als Extrathema für euch. Okay. Gut. Dann. Für diejenigen, die eigentlich los müssen, wünsche ich einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.